Der Ball von Steffen ist drüber. 21 zu 21. Aufschlag. Für Schwerin. Berit Kauffeld. Jetzt die Ausführung. Doom mit dem Cross-Schlag ins Feld. 22 zu 21 für die Gäste. Der Aufschlag geht soweit. 22 zu 22. Hanke. Nur beim Aufschlag. Der ist soweit. 23 zu 22. Für du. Und der Cross-Schlag ist drin. Und Kaspersky mit dem Ausgleich. 23 zu 23. Und Kaspersky auch zur Angabe nun für den Schwerin der SC. Den konnten die Schwerinerinnen nicht mehr holen. Satzball für den V. P. Suhl. Rapaic mit dem Aufschlag zum Satzgewinn. Und sie verwandelt mit einem Ass. 23 zu 25 geht der zweite Satz an die Gäste aus Suhl. Die Gäste aus dem Gefühl. Die Saison ist gegen die Gäste. Die Gäste aus dem Aufschlag. Es steht, wir sind 10. 1 zu 1. Bis dann! Jetzt die Stimme aus dem Rollstuhl! Javi, auf den Gäste. Es geht los, dritter Satz zwischen dem Schwerinersi und dem VfB-Dol. Und der erste Punkt geht an die Gäste 1-0 für den VfB-Dol. Es wird noch ein wenig der Boden gewischt, damit die Spielerinnen nicht ausrutschen, sich nicht verletzen. Und dann geht es weiter mit Birgitum zum ersten Aufschlag für Cyril im zweiten Satz. Der Ball ist abgefälscht, damit nicht mehr zu erreichen. 2-0 für den VfB-Dol. Und der Punkt wird gegeben für den VfB-Dol. 3-0. Da bleiben wir am Block, 1-Mann-Block Rapaic hängen. 4-0 für Suhl. Und da drückt sie den Ball durch den Block durch. Der erste Punkt für Schwerin. Kaspersky mit dem 1-4. Und jetzt auch mit der Angabe für Schwerin. Und dann auch mit der Angabe für Schwerin. Und dann wählen die chicken-2-3-4. Und dann geben sie den Ball durch den VfB-Dol. Äh! Und was für ein Spielschub! Erfolgreich abgeschlossen für den Schweriner FC. 2 zu 4. Kasper, es geht bald zu weit. 2 zu 5. Der Ball von Adam Pilic landet im Block von da aus. 6 zu 2 für die Gäste. Rapaic bei der Angabe. Und der Ball ist dann mal aus. 8 zu 2. Direkt genommen der Ball von Steffen. 8 zu 2 für die Gäste. Technische Auszeit nun bei 8 Punkten.